Das ist schon genau wie in unserem WoW-Let's-Play. Blume! Wenn ich nach den ganzen Blumen hetze. Und das Schöne ist, ich sammle natürlich auch EP, wenn ich die Dinger hier einsammle. Da hinten war auch noch was, hatte ich gesehen. Tüttü, tüttü, tüttü. Da. Ach, das ist wieder die Blume, ne? Ah, ne, die ist hier, äh, ist hier neu gewachsen jetzt. Okay, Erdwurzeln. Äh, achso. Okay, nehme ich mal den. Kräuterkunde hat sich auf 42 erhöht, aber den ist noch wesentlich mehr, ne? Gehen wir nochmal weiter. Schön am Farmen hier. Tüttü, tüttü, tüttü. So, haben wir hier noch irgendwas am Start? Ist hier noch irgendwas oder kommt hier nichts mehr? Na, Rad, oh, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, da ist ein Beulen, ne, ein Silberblatt, nicht ein Beulengras. Oh, und ich bin ja so froh, dass ich endlich mal mit Dings unterwegs bin, mit Reittier und hier nicht rumpimmeln muss, ne? Nur ein kleines bisschen ist die Musik etwas zu laut. Ja, dann mach ich mal. Guck mal, passt das jetzt vielleicht? Gleich, musst du nochmal hören. Wenn du mir das dann nochmal sagen könntest, wäre der Oberhammer. Ich hab das jetzt nochmal umgestellt. Da hinten hatte ich da auch noch was gesehen. Da, genau. So, my friend. Neun, fünf. Den noch. So, und jetzt können wir Kräuter hier noch machen. Da machen wir auch nochmal alle erstellen. Mal gucken, wie weit ich dann komme. Ja, brauch ich noch ein paar. Scheat. Okay, brauch ich noch ein paar Blümchen. Mal gucken, ob wir hier noch was finden auf dem Weg. Ich brauch eigentlich nur noch zwei. So. Oh, da. Haben wir. Äh. Hallo? Ah, da. Äh. Äh, 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 wo? So, Silberblatt. Ja gut, das war ja jetzt nicht wirklich cool, ne? Ähm. Achso, ne, das ist ein Gnoll. Ich reite mal eben kurz hier runter. Ja. Gucken. Ich hoffe, wir finden hier noch was. Also, Kräuterkunde hat sich schon mal auf 47 erhöht. Das ist gut. Aber das andere ist ein bisschen rar gesehen, ne? Kann das sein? Ich finde, das ist ein bisschen wenig so, was wir hier kriegen. Aber ich schau mal gerade. Vielleicht seh ich ja noch was. Näh. Nicht so wirklich. Hm. So ist gut. Okay, perfekt. Perfektion. Äh, ich glaub, ich renn mal am See vorbei. Vielleicht find ich da noch was. Da müsste doch eigentlich auch irgendwas gehen, oder? Mach mal hier Blümchen, bitte. Wie ist das so mit der Facecam? Ist die hell genug? Oder, oh, Blume. Ist die hell genug? Oder bin ich zu dunkel? Bin ich zu... zu klein? Ja, zu klein dürfte ich eigentlich nicht sein. Ich will ja jetzt auch nicht hier die riesen Fläche einnehmen, sondern mich einfach nur mal mini zeigen, so wie ich hier am Zocken bin. Hm. Von daher kannst du mir, wenn du magst, auch mal sagen, ob das so okay ist mit der Facecam. Ah, da hinten sehe ich auch noch eine Blumie. Ich kann die Facecam auch noch... Ups. Ey, sag mal. Ich kann die Facecam auch noch umstellen. dass sie halt aus dem anderen Winkel aufnimmt. Aber ich glaube, so ist ganz nett, oder? Ja. Fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit. Da sieht man mich halt so ein bisschen von der Seite. Ich kann das auch machen, dass man mich von vorne sieht. Aber ich muss dann noch mal ein bisschen rumtesten, was da am besten ist. Also, jetzt eine kleine Blume noch. Bitte. Dankeschön. Oh, hier die Vampirfledermaus. Die umfliege ich mal gerade. Und da hinten ist noch eine Erdwurzel. Uh, eine Erdwurzel. Sehr gut. Wundert euch nicht, wenn ich hier 5 Milliarden verschiedene Reittiere spamme. Aber ich habe die auf zufällig gestellt. Und dann kommt halt immer ein super krasses Zeug bei raus. So. Hier haben wir auch noch eine Blumie. Und jetzt sollte ich doch den einen Scheiß machen können, ne? Hätte mal die. Und die. Ich brauche immer 5, ne? So. Dann machen wir jetzt mal alle erstellen. Geil. Dann kann ich nämlich jetzt. Forschung Mondlicht hinter. Benötigt Schreibzeug des Virtuosen. Habe ich. Leichtes Pergament brauche ich jetzt. Aber ich kann jetzt schon mal die Sachen malen. Die Flitztiestel. Dann die Wilddornrose. Dann kann ich das, äh, machen. Und. Ja, okay. Das war es erst mal. Super. Dann habe ich die Sachen schon mal. Jetzt brauche ich halt den. Jetzt brauche ich. Pass auf. Jetzt muss ich zum Dings zurück, ne? Ähm, warte mal kurz. Äh, wo ist denn mein, hier, Ruhestein? Begebt euch nach Unterstadt. Ich muss da jetzt mal gerade ganz kurz jemanden finden, der mir da beibringen kann. Hm. Ähm. Wo? Ich bin von den Verlassenen. Ah ne, den Stallmeister wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jemanden, der mir sagen kann, wo ich hin muss. Und zwar den, ähm, Innschriftler. Wir haben doch hier die, die Dicken, ne? So, komm mal her. Ja, mir ist schlecht. Äh, Innschriftenkunde. Im Apothekarium. Okay. Super. Dann, äh, gehe ich doch mal zum Apothekarium. Gehe ich mal kurz hier rum. Achso, ja, da war ich halt jetzt dann, ne? Haha, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hehehehe. Genau, Innschriftenkunde bedarf. So war das doch. Jetzt komm mal her. Ich brauche Pergament. 13. Ich nehm jetzt erst mal 50 mit. Was können wir denn jetzt machen? Mondlichtinte kann ich jetzt 4 machen. Okay. Mondlichtinte kann ich 4. Okay. 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 Erstellt zufällige Schriftrollen und möglicherweise neue Rezepte für... Ja, mach mal. Okay. Und dann kann ich noch... Oh. Kann ich auch schon Glyphen machen. Sehr gut. Stufe 25. Perfekt. Rolle der Ausdauer. Intelligenz und Willenskraft. Was ist denn mein Primärattribut? Wirklichkeit, ne? Ausdauer kann ich aber auch mal. Mondlichtinte. Mondlichtinte, da brauche ich die für. Und für die Mondlichtinte brauche ich die normale Mondlichtinte. Ich glaube, ich gucke mal gerade im Aha. Kann ich hier schon wieder was lernen? Oh. Grüne Hacke. Ja, kann ich. Ui. Kiegt mal einer an. Rolle der Beweglichkeit. Zwei Stück. Rolle des Rückrufs. Benutzen bringt euch zurück nach Unterstadt. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Verzauberungspergament ist... Kann als Ziel für Rüstungs- und Waffenzauberung verwendet werden, um die Verzauberung für den späteren Gebrauch aufzubewahren. Okay. Ich bin jetzt bei 41. Ich gehe mal kurz gucken, was ich im Aha für Billiggeld kriege. Rolle der Beweglichkeit, Rolle der Stärke. Okay, die brauche ich ja eigentlich nicht. Warte mal eben gucken. Was bin ich jetzt nochmal bei... Da muss ich gleich gucken, weil ich hier noch Kräuterkunde bin. Aber ich kann jetzt mal gerade gucken hier. Ähm, Friedensblumen. Was kosten die so? Ey, ihr habt doch einen Arsch auf, oder? Flitzdiestel. Auch alles ein Euro. Äh, ein Euro sah ich schon. Magnus-Königskraut. Die spinnen doch, die Römer. Königsblut. Ah, den kann ich noch gar nicht. Äh, Silberblatt. Ah, die Kräuter, ne? Die Kräuter. Lebenswurz kann ich auch noch nicht. Ähm. Beulengras, was kostet der denn? Auch alles ein Gold. Das ist alles viel zu teuer. Erdwurzel. Okay, natürlich jetzt durch den Beruf hier. Inschriftenkunde. Da steigen die Mats natürlich an ohne Ende. Ich gucke jetzt mal eben, was die Rolle der Stärke 2 kostet. 98. Ja, komm mal, die verkaufe ich mal, ne? Kann ich mal direkt ein bisschen Geld einheimsen hier. 0,89. Und dann für 90 verkaufe ich die. Kriege ich ein bisschen Kohle für. Oh, fuck. Nicht 90 Gold. Ups. Ups. Ey, das war jetzt wieder hier so der absolute Voll-Gag, ne? Kann ich die auch abbrechen? Sehr geil. Ich tue wie, ey. Abbrechen. Boah. Nicht 90 Gold, 90 Silber. Meine Fresse, ey. Es ist schon spät. Sorry, Leute. Ich kann jetzt mal meine Post hier angucken. Boah. Sehr geil. Ey, bin ich blöd, oder? Also, Rolle der Stärke. 0,89 und 90. So, jetzt aber. Und bitte den anderen auch noch. Wo ist der denn? Bis zum nächsten Mal.